Freunde, jetzt haben wir noch ein paar Takte, da ziehen wir uns ganz kurz zum Duschen zurück. Das ist kein Geheimnis, wir haben 80 Grad auf der Bühne, das ist unglaublich. Also wenn jemand zwischendurch frieren sollte, kommt einfach zu uns, setzt euch mit hier hoch. Herrlich warm. Wir haben noch einen ganz, ganz kurzen, und zwar Musik von Elvis de Pelvis Presley, weil wir nochmal gucken wollen, ob die Hüften schon geschmeidig sind in der Halle. Wenn sie sind, dann schwingt sie. Geht so. Geht so. Musik 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 Musik